Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu dieser Folge von Outlast Nummer 2 sogar. So, jetzt bin ich hier und ähm... Ich glaub ich geh jetzt mal hier raus, weil da gerade der Wolleproppen... Der bo... der boshafte... bosshafte... Spass. So, ich weiß echt nicht wo ich jetzt hin soll. Aber ich guck nochmal rum hier einfach. In den Unkeln kann man Batterien, die leuchten sowieso immer noch viel besser erkennen. Das ist natürlich etwas beruhigend, würde ich behaupten. Und joa... Wo geh ich jetzt lang? Ich glaub ich soll nach unten gehen. Aber es kann auch sein, dass ich das jetzt an diesem einen Punkt... An einem Punkt vielleicht sogar das ganze Spiel abbreche, weil ich einfach... Echt dafür zu viel Schiss hab. Vor diesem Teil, der noch kommt. Ich bin echt ne richtig... richtige Pussy-Pussy. Pussy-Pussy. So, hier. So, äh, genau. Okay. Kann man mal irgendwo hoch oder so? Ne, kann man nicht. Das ist auch nicht schlimm, würde ich behaupten. Lieber Freunde. Oh, das ist echt fies. Ich höre Stimmen. Oh, und die kann ich mich ganz ehrlich gesagt nicht erinnern. Was, dann muss ich jetzt echt hier oben hin, oder? Kann man sich hier verste... Ja, kann man. Oh, ich hasse Versteckenspielen, gerade in solchen Spielen, außer wenn man das jetzt nicht in Soho-Spielen hat. Na ja, ähm, sowas halt. Schön wäre es, wenn man so unsichtbar sein könnte und die einen nicht riechen, sehen oder hören oder was auch immer würden, ne? Das würde ich schön finden. Das würde ich schön finden. Was war das? Oder die? Perfekt. Scheiße. Oh ja, das kannst du laut sagen. Penis. Nein, bitte, bitte. Ich bin jetzt echt die ganze Zeit in so einer Ecke. Das war jetzt, glaube ich, auch nicht so schlau, jetzt so wild rumzuspringen hier. Das war jetzt, glaube ich, auch nicht so wild rumzuspringen hier, oder wo? Oder wo? Ich bin jetzt, glaube ich, auch nicht so wild rumzuspringen. Oh, scheiße. Äh, wie alt. Oh, scheiße. Ach, scheiße. Wo muss ich jetzt lang? Und das ist echt so ein uninteressanter Raum, mit dem ich komplett gar nichts anfangen kann. Och mein Herz. Oh, mein Herz. Das war's. 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 Das ist jetzt nicht hier, oder? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, scheiße. Ich bleib jetzt mal hier so kurz stehen. Das war's. 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 Da kann ich mich ja dann auch. Ich bin... So. Ich glaube, er kann das hier rein, oder? Oder mag das sein? Wenn er mich jetzt... Okay, tut mir leid, ich kann einfach nicht abhauen. Ich kann es einfach nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich mache es aber trotzdem. Scheiße. Scheiße. Jetzt kommt er bestimmt gleich hierher und dann sage ich, haha. Das glaube ich mache ich hier nicht, weil ich das echt überhaupt nicht witzig finde, aber... Ich glaube, ich habe auch noch überhaupt nicht alles. Hier aber trotzdem schon nach oben. Scheiße. Okay, Leute, es tut mir echt leid, aber ich bin einfach so ein Pussy. Ich mache jetzt hier einen Stopp und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Ich glaube, das ist jetzt eine sehr kurze Folge, aber trotzdem. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.